Moin aus Hamburg. Es ist Montag, der 15. Mai und wir werden heute wieder einen Wochenausblick auf die kommende Woche richten. Für uns Trader und auch im Traders Club eine verkürzte. Wir haben Donnerstag Vatertag und wir machen einen Brückentag am Freitag. Die Börse hat am Freitag offen, aber wir im Traders Club im Live-Trading-Raum geschlossen. Ja, was ist wichtig und was für Signale sind heute umgesetzt worden für die laufende Woche? Ja, ich glaube, wenn wir erstmal auf die Politik schauen, die, wie gesagt, menschpolitische Börsen haben kurze Beine. Ja, aber wir befinden uns in zwei Szenarien aktuell. Wir haben einmal die Wahlen in der Türkei und wir wissen aufgrund des heutigen Standes oder jetzigen Standes, es gibt Stichwahlen. Das hat zumindest primär erstmal auf was auf den Wiesenmärkten türkisch Lira zu tun. Türkisch Lira ist relativ ruhig. Da gibt es noch keine große Bewegung. Also sehr, sehr spannend, was dort kommt. Wenn es zu einem Wechsel kommt, dann glaube ich, werden die Devisen darauf anspringen. Dann haben wir natürlich den Zahlungsausfall in Amerika. Das war am Freitag schon ein großes Thema. Das ist diese Woche sicherlich wie ein Damockelschwert über den Märkten, gerade in Amerika. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir haben am Freitag G7-Treffen. Also auch dort sehen wir diese Woche sehr gemischt mit den Zahlen und politischen Lagen. Und der DAX heute wieder. Wir sind zwar ein Tickchen tiefer, ja, aber wir sind in der Nähe von 16.000. Der Markt hat dieses Jahr bis zu 15% ja schon an Performance hingelegt und er beißt sich bei der 16.000er Marke die Zähne aus. Das ist das, was ich sagen kann. Das, was wir in den letzten zwei Wochen sehen. Und in den Videos, die ich jetzt in den letzten zwei Wochen produziert habe, habe ich es immer wieder gesagt, der Markt wird dort oben eine Entscheidung treffen. Entweder drüber oder er geht eine Etage tiefer. Und wenn man die Kollegen, Trading-Kollegen weltweit, alle Analystenstimmen sieht, dann sieht es eher tendenziell aus, dass die Leute mit einem Kursrückgang, gerade in Amerika, mitrechnen. Und somit wird der Markt eventuell eher tendenziell nach unten sein. Ich habe hier aber keine Glaskugel. Und wir haben im Traders Club die Strategien, die wir ausführen, sind alles Long-Short-Strategien. Also wir brauchen Volatilität. Und jetzt gehe ich einfach mal rüber und gehe in die aktuellen Signallage rein. Ich hatte am Freitag beim Wochenrückblick ja erzählt, dass wir Signale bekommen haben, die wir aber nicht am Freitag umsetzen, weil wir das Wochenende scheuen. Und wir haben hier den ersten Markt. Wir sehen es hier beim Schweizer Franken, Japanisch Yen. Und Sie sehen hier diese rote Kerze. Diese rote Kerze liefert uns ein Signal. Dann war Freitag, der Markt dreht, also eine klassische Umkehrkerze. Und heute Morgen bin ich hier, wo die grüne Linie ist, eingestiegen und der Stop-Loss ist da. Jetzt sagt der eine oder andere, aber Carlos, also ich habe jetzt zweimal das Video gesehen, aber eigentlich müsste man doch Short gehen. Ja, ich bin dort Short gegangen auf fallenden Kurs, obwohl die Kerze nicht gut aussieht. Ich komme aber besser rein. Und ich wurde von der Regie gesagt, Carlos, du musst im Video auch mal sagen, umso mehr wird den wir mitgegeben. Ja, was heißt denn besser? Wenn ich Short bin, also auf fallenden Kurs, besser bedeutet höher. Das heißt, ich komme zu einem viel, viel besseren Preis rein. Und das haben wir heute gemacht. Und wir werden uns am Freitag, respektive am Mittwoch uns mal anschauen, was dieser Trade gemacht hat. Also schreiben Sie sich mal auf, Schweizer Franken, Yen sind wir Short. Und das Gewinnziel liegt dort bei der roten Linie. Der nächste Markt, den wir haben, ist der Euro-Yen. Auch hier sehen wir gleiches Szenario. Wir haben die rote Sonne. Die rote Sonne zeigt uns den Kompass an, dass wir uns auf fallenden Kurs erstmal einstellen. Und dann kommt hier das Signal. Rote Kerze, roter Strich. Und wir sind jetzt hier, wo mein Fadenkreuz ist, Short gegangen. Also auch hier auf fallenden Kurs. Stop-Loss liegt hier oben. Stop-Loss ist maximal bei 1%. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro zum Trading habe, wird maximal 100 Euro riskiert. Ja, für alle, die da draußen sagen, aber das ist ja alles so spekulativ. 100 Euro werden dafür riskiert. Und da oben liegt der sogenannte Stop-Loss. Der nächste Markt, den wir haben, ist britisch von japanisch Yen. Auch hier ähnliches Szenario. Hier war ein Short-Signal. Und wir sehen, die Märkte drehen aktuell. Trotzdem bleiben wir unserer Linie treu. Wir steigen hier Short ein. Und falls morgen, übermorgen es zu einem Gegensignal kommt, das werde ich Ihnen dann auch zeigen, wie das funktioniert, werden wir dieses trainen. So, dann sehen wir in Vorbereitung einmal den Euro-Dollar. Auch hier. Und wir sehen, ich muss das mal einmal aktualisieren hier nochmal, unser Radar. Sehen wir, dass wir auch im Euro-Dollar Short sind. Was fällt Ihnen jetzt auf? Ich habe ein Kluppenrisiko, denn wir sind in vier Märkten Short eingestiegen. Zwar unterschiedliche Währungspaare. Ja, man handelt bei den Devisen ja immer nur entweder Euro oder US-Dollar gegen ein anderes Paar. Ja, und wir sehen Euro-US-Dollar Short. Und das war am Freitag das Signal und wir sind besser reingekommen und da bleiben wir drin. Auf den Wochenbasis, also Wochen-Setup, gibt es kein aktuelles Setup. Das bedeutet, wir sind auf den kurzfristigen Ebenen Tagestrades da. So, nochmal ein Tipp und jetzt komme ich mal in die Hauptkamera. Wie funktioniert das eigentlich? Carlos, Devisenhandel. Devisenhandel funktioniert 24 Stunden. Bedeutet, wenn Sie einen Stop-Loss haben, der bleibt die ganze Nacht im Markt. Muss ich meinen PC anhaben? No. Sie müssen Ihres PC nicht anhaben, denn sobald das Stop-Loss uns Gewinnziel reingenommen ist, können Sie Ihr Laptop schließen. Was für ein Risiko habe ich? Ich habe das Risiko, indem ich das einstelle, was ich dort eingestellt habe, nämlich 1%. Und man kann mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% davon ausgehen, dass dieser Trade dann auch dort ausgeführt wird. Im negativen Sinne positiv sowieso. Dann gibt es diese Geschichte, und damit mache ich mein Büchlein heute mal zu, gibt es beim Trading, gerade beim Trading, Nachschusspflicht. Nachschusspflicht bedeutet, das sind ja Anmärchen, die im Internet kursieren, kann ich über meinem Konto noch mehr verlieren? Kann ich mein Haus verlieren? Kann ich meine Ersparnis verlieren? Es gibt seit mehreren Jahren von der Regulation her in Europa, es besteht keine Nachschusspflicht. Das wollte ich nochmal, das hatte ich als Nachricht bekommen per Mail von einem User. Und wenn Sie weitere Trading Insights wissen möchten, dann könnt ihr unter diesem Video einen Kommentar platzieren. Und wenn Sie das Format gut finden, dann würden wir uns alle freuen hier im Team, wenn Sie unter dem YouTube-Video einen Daumen nach oben machen, ja, und das würde mich sehr freuen. Und natürlich unseren Traders Club YouTube-Kanal abonnieren. Wir sind, glaube ich, bei 4.700 Abonnenten, und es wäre toll, wenn wir jetzt bald mal die 5.000er Marke durchbrechen. Also bis dahin, eine erfolgreiche, disziplinierte Woche. Und wenn ihr Gast sein möchtet, nochmal im Traders Club 24, wir bieten euch 30 Tage die Möglichkeit, uns über die Schulter zu schauen. Nicht nur jetzt, wie hier in der Aufzeichnung, sondern live dabei zu sein. Bis dahin, gute Trades und bis Ende der Woche. Bis dahin, gute Trades und bis Ende der Woche.